fragen von reiner stoff 666 die zahl des teufels und eine frage des teufels hast du tipps um mit dem kiffen aufzuhören erstmal brauchst einen guten grund würde ich sagen nein also natürlich habe ich tipps aber also was ich sagen kann ist das nämlich so ein ding die meisten kiffer machen einen fehler einen ganz simplen fehler den außerhalb deutschlands keiner macht ihr mischt den scheiß mit tabak seid ihr denn des wahnsinns jetzt stellt euch doch mal vor ihr macht euch da so ein ganzes trompetenrohr voll mit tabak scheiß mal auf das gras das ist jetzt nicht relevant ganzes trompetenrohr voll mit tabak und dann machst du da so einen kleinen zwirbeltipp wurde papier nimmst und es irgendwie zusammenwurstelt und das schiebst du dann da rein wo ist der fehler der fehler ist dass normale zigaretten einen filter haben der super viel von dem ganzen ekelstoff wegnimmt natürlich nicht genug das wissen wir alle die tot sind aber es ist unfassbar viel mehr was man in sich aufnimmt an nikotin wenn man seine tüten ihr wenn ihr das macht ja euer problem wenn ihr die mit tabak dreht das ist wirklich ein klassisches deutsches problem dabei ist international fragen sich die leute warum ist das so die nennen das irgendwie sogar so irgendwie european style oder so wenn der tabak drin ist das idioten style weil und damit sind wir beim aufhören es meiner ansicht nach keine großen probleme macht mit kiffen aufzuhören außer vielleicht halt die psychischen abhängigkeiten die man sich erarbeitet hat weil man irgendwie das braucht oder so weil man irgendwie denkt ach nee und ich will entspannen oder ich bin irgendwie ich weiß nicht offen gesagt weiß ich gar nicht was man daran also es ist ja erwiesenermaßen so dass man das relativ schnell aus seinem system rauskriegen kann zumindest die abhängigkeitsphase so wo es eine psychische abhängigkeit ist und dass es keine körperliche gibt aber sobald man den tabak rein holt in diese gleichung raucht man ja quasi also ich habe mal irgendwo eine zahl gelesen ich die hat mir wirklich angst gemacht ich fand die richtig schlimm 25 kippen wäre eine tüte weil man diesen filter nicht hat und weil man viel mehr tabak pur sich rein zieht ohne filter und wie gesagt diese papier diese tipps ist ja kein filter was man vielleicht machen kann ist diese aktiv kohle filter ob die wirklich was bringen oder ob dies einfach nur ein bisschen angenehmer machen kann ich gar nicht sagen jedenfalls wenn ihr damit aufhört dann fällt plötzlich auch sehr leicht im kiffen aufzuhören weil das ich kenne so viele leute die viel kiffen aus einem grund weil sie denken hat ich kriege schon wieder dieses ich bin so ich bräuchte jetzt mal eine tüte das ist nicht so das ist eure nikotin abhängigkeit glaubt mir das ist man braucht so lange um das einmal aus seinem körper rauszuholen aber wenn du einmal von dem nikotin weg bist kannst du auch monatelang nicht kiffen ist völlig egal weil es einfach nicht dafür es ist es bringt es bringt dir nicht diese entzugserscheinungen die der tabak bringt den du aber automatisch mit rauchst wenn du halt ganz viele leute denken ja ich brauche ja nicht ich brauche hier meine zwei drei tüten am tag ja das heißt du rauchst 75 zigaretten am tag nicht schlecht nicht schlecht das fast booty level und dann wundert es mich nicht dass es euch schwer fällt mit rauchen aufzuhören oder mal einfach eine pause zu machen weil ihr tabaksüchtig seid das ist eine super wichtige erklärung ist kein schönreden das ist kein schönreden dr wurst das ist wissenschaftlich erwiesen von dr kretsch glauben sie mir vertrauen sie mir es hat das einzige was passiert wenn man 2 pur raucht das einzige was dann passiert ist dass du viel mehr geld bezahlen muss und das wenn du aufhörst dann hast du die typischen entzugserscheinungen durch wie du warst ein paar tage lang hast du albträume weil vorher man sich nicht so wirklich an seine träume erinnert obwohl man glaube ich träumt bin ich ganz sicher und dann holt das irgendwie so auf und wird immer so komisch dann hat man ich kenne es von so vielen leuten hat man so zwei drei tage lang komische albträume und dann ist vieles normal und dann ist es noch die psychische abhängigkeit wie mit allen drogen ist ja klar wenn man denkt man braucht sie dann ist man abhängig aber wenn es eher so genuss wie creational ist dann würde ich es sehr 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 empfehlen und ihr werdet es merken wenn es einmal versucht oder besten gar nicht versucht aber die die rauchen versuchen aufzuhören versucht mal nur pur zu rauchen als übergang ihr werdet merken das geht super schnell es geht super schnell einfach das ist nur der fucking tabak und der tabak braucht bestimmt zwei wochen würde ich jetzt mal sagen bis man gerade so damit klar kommt man mit mega sauer wird man auch also emotional also wenn man diese entzugserscheinung machen einen richtig fertig und das kennen alle raucher jeder raucher kennt das und das ist nicht anders bei kiffern die mit tabak rauchen das ist wirklich ein super wichtiger tipp generell empfehle ich euch eine sache das ist eigentlich das einzige was ich euch empfehle und zwar ist das eine marke mit der ihr sehr sehr einfach welten könnte und zwar storz und birkel da die goldenen braucht ihr nicht unbedingt aber wenn ihr ein welcher holen wollt dann holt ihr euch nachdem ihr aufgehört habt mit tabak und allem und dann holt euch hier so ein bestorz und wirkelnden vaporizer und mit dem könnt ihr das dann relativ gesund konsumieren das ist nämlich ein medizinisches gerät gewesen früher und war wie man hier sieht dafür gedacht für ich glaube krebspatienten die ja quasi die erlaubnis kriegen medizinisches gras zu bekommen dass die deshalb konsumieren können so dass man als arzt sagen kann das lohnt sich für sie die schmerzen sind weg und sie kriegen nicht direkt krebs weil sie es irgendwie rauchen oder so also da kommt das her ist also wirklich ein medizinisches instrument die sind dann nach la haben da fettkohle gemacht nachdem alles legalisiert wurde und ich glaube die wurden auch aufgekauft jedenfalls sind das ist das der way to go wenn ihr unbedingt wollt so was haben wir noch pur rauchen ist aber teurer ja das stimmt natürlich aber ja das ist halt eine frage schon muss man sich natürlich überlegen du brauchst natürlich dafür weniger ist ja klar weil du pur rauchst und es ist auch nicht so schlimm leute sagen aber das raucht dann alles weg und du kriegst gar nichts das stimmt alles gar nicht habe ich alles gehört habe ich gehört von meinen freunden nicht aber nicht so kiffer gehen mir leider dollar auf den sack lord time lord brad da sei aber vorsichtig wenn du dich time lord nennst weil ganz viele geschichten die du konsumiert hast sind wahrscheinlich unter großen weed konsum entstanden ganz viele von den geschichten die wir konsumieren und kreative dinge die passiert sind haben am ende diesen ursprung was das für eine pflanze mit der grund das ist nicht das was du denkst vor allen dingen plastik eine plastik pflanze ich persönlich muss auch sagen ich finde alkohol und tabak viel schlimmer als weed meine persönliche meinung und habe auch deutlich schlechtere erfahrungen gemacht mit tabak und alkohol tabak mit tabak aufzuhören also ich habe ja nie geraucht aber habe ich ja gerade erklärt wie das kommt und dann damit aufzuhören das hat jahre gedauert immer wieder anfangen immer wieder durch diese erste woche wo man irgendwie super angestresst ist und jede eskalation emotional zwingt einfach schon dazu wieder direkt von vorne anzufangen also ist wirklich eine ganz unangenehme droge tabak und ja da bei dieser meinung bleibe ich das ist ein hügel auf dem sterbe ich wenn sein muss ja wobei als raucher stirbt man ja irgendwann aber auch als nicht raucher auch nicht raucher sterben so warum sitzt du eigentlich in der abstellkammer nein mann das ist der königsraum der königssaal das ist wirklich der lange schlauch der lange gang den ich ging entlang das ist auf jeden fall genug raum für meine shenanigans genug wand für meine geilen bilder und zeichnungen und dinge die ihr vielleicht irgendwann nochmal einschickt und sogar ein kleines regal habe ich da ein kleines regal mit büchern dass ich übrigens bald mal einräumen werde ich habe hier seit wochen habe ich hier meinen ganzen kram den ich einmal euch zeigen und dann einräumen möchte heute ist aber schon wieder zu spät schon wieder drei stunden durchgelabert das werde ich heute wahrscheinlich eher nicht machen denn ich muss morgen früh gehe ich zu einer aufnahme mit hennu und da spielen wir drei schlechte spiele hennu ist aber ein wahnsinniger und arbeitet um zehn uhr morgens schon das heißt ich muss um acht uhr aufstehen gar nichts ich kann nicht mal reden kann schon gar nicht lustig sein aber das übernimmt ja sicher hennu also das ist morgen deswegen muss ich heute nicht kann ich nicht so lange machen deswegen werde ich wahrscheinlich sogar bald schluss machen ich wollte heute drei stunden stream wollte ein bisschen was zocken und jetzt habe ich irgendwie ist doch wieder geschafft nichts zu machen aber dann werde ich euch demnächst das hier mal zeigen nämlich den ultimate epic battle simulator 2 und morgen dann übrigens auch vampire was ja heute schon bei vielen leuten läuft also habt ihr noch fragen wenn ihr noch fragen habt ja da sagt immer was gut dass ich sehe doch led streifen an den wänden die blinken ich natürlich nicht led streifen aber ich habe schon überlegt ob man da ich meine ich habe ja schon ein steifen warum soll ich da noch streifen und dann habe ich mir überlegt dass ich schon farblich irgendwas machen kann ein paar lichter irgendwas anbringen kann was aber nicht so ich will nicht dass es aussieht wie so wie so ein wie so ein glas rechner auf der lan party oder wie die msi rechner die ich euch dann die woche irgendwann nächste woche auch mal zeigen werde dann richtig die nämlich ein ich habe den neuen rechner bekommen muss dann noch eine game hier die elgato game karte einbauen das wird schwierig und dann endlich habe ich hier meinen fettesten rechner den dicken benchmark laufen und dann streamen wir einmal und feiern das ja wie krogi in seinem trommelkeller ungefähr sowas habe ich mir auch gewünscht und gedacht das problem ist er hat natürlich im industriegebiet so eine wunderschöne ecke ich habe hier nur meine normale wohnung in der ich diesen wunderschönen schlauch habe und ich meine die frage ist doch wirklich also ich arbeite ja schon lange in den medien man braucht nicht mehr als ein kamera bild und tiefe das ist das große problem leute tiefe die gibt es nämlich nicht und das habe ich hier und dadurch dass hier tiefe ist ist das finde ich gar kein schlechter raum also ich war sehr happy als wir gesehen haben ich meine leute ist schwer genug überhaupt eine wohnung in berlin zu finden dann eine wohnung die man bezahlen kann dann eine wohnung in einem viertel wo man nicht direkt abgemessert wird sobald man irgendwie aus der tür geht es sind ganz viele häkchen die abgehakt werden müssen damit zumindest ich da ein ziehe und dann ging es noch darum dass es dann zimmer gibt wo ich bestenfalls alleine nach oben oder unten streamen kann und das ist schwierig weil wir nachbarn und sowas haben hier links ist aber zum glück unser eigenes zimmerchen nämlich das bad hier rechts ist gar nichts sie ist quasi dach und über mir ist jemand der läuft auf stöckelschuhen den ganzen tag das muss ein pferd sein da wohnt ein pferd und er ist auch sehr laut insofern kann der sich nicht wirklich beschweren wenn ich da nachts um eins mal irgendwie ein bisschen rum brülle und unter mir ist eine wg die kiffen viel die sind die ganze zeit müde und schlafen und die checken das gar nicht die denken das ist der von nebenan die denken nicht an mich der da oben ist insofern habe ich hier eine wirklich perfekte situation und kann in ruhe streamen das finde ich sehr schön moment was jetzt kommen eure fragen aber auch zu schnell was wurde eigentlich aus eurer in die tonne idee habt ihr nun rb tv mitarbeiter gezwungen das schlimme spiel zu spielen möglicherweise es gab ein tweet von kollin der ist ein bisschen gespoilert hat was wir davor hatten und dann gibt es diese woche und mich der spoilert dass wir diese woche die kommentare zu dieser bereits aufgenommenen super folge aufnehmen werden o ton ihr braucht euch gar keine mühe geben ist es auch so schon so lustig das höre ich immer gerne also das wird richtig geil freut euch da schon mal drauf und ich habe auch ich weiß nicht ob er es am ende auch nehmen wird aber ich habe henno dieses besondere spiel auch noch mal wärmstens ans herz gelegt für unseren stream morgen früh als kein live streams nur eine aufnahme braucht also nicht jetzt morgens um zehn dann irgendwie sitzen und warten also ich hoffe dass er sich dafür entscheidet das auch mal auszuprobieren weil das ist ein ganz besonderes spiel so hand aufs herz simon wie sehr freust du dich auf got of war ragnarök ich freue mich sehr darauf habe den letzten teil sehr genossen und gerne durchgespielt habe aber auch schon wieder eine ganze weile her wird jetzt gerne auch mal weiter spielen und hoffe dass es die epik hält und weiter ein richtig gutes got of war bleibt got of war hat finde ich sehr wenige schwache episoden gehabt und hat eigentlich immer abgeliefert finde ich kennst du die zombie 3 szene the old head in the fridge nein das klingt als könnte es noch mal ein potenzieller kandidat für meine top fünf zombie momente sein gucken ob ich das finde das ist ja echt geil gibt es ja tatsächlich die old head in the fridge okay das ist natürlich ganz geil kommt er aber so angesprungen das habe ich noch nicht habe ich tatsächlich noch nie gesehen finde ich aber sehr sehr gut übrigens wenn ihr bock habt mal phantasmagoria 1 was ja leider nee 2 ist indiziert 1 könnt ihr euch auch mit spielen mit bad angucken aber ihr könnt hier auch mit adrian und curtis crack den ihr kennt aus teil 2 könnt ihr gerne dieses let's play von phantasmagoria euch mal angucken ich weiß dass könnte es einige leute von uns schon bei sich im chat hatte da haben ganz viele leute ihm geschrieben und er hat mir auch geschrieben und gregor auch geschrieben grüße zurück an der stelle also es ist auf jeden fall ein cooler typ der jetzt so seinen zweiten frühling erlebt durch aus irgendeinem grund eigentlich weiß gar nicht warum durch ein wieder auferblühen von phantasmagoria 1 und 2 ach ja so ich hoffe dass diese usb sounds jetzt nicht so häufig kommen ich höre sie eigentlich selten jetzt höre ich gar nicht mehr ich hoffe es okay so wir haben gelernt dass 100k hühner stärker sind als 100k gänse plus 10k schrimps und 1k amis ich weiß nicht worum es geht aber das geht wahrscheinlich um eine der rocketbeats produktionen die hier gerade liefen da werde ich auch die nächsten wochen mir auch noch mal all die sachen von hier wo sind denn alle bis hin zu im namen des chats und so durch gucken ich will zu diesen sachen wirklich gerne reacten aber es hat einfach bisher keine zeit und ich will jetzt auch nicht nur reacten und quasi euch gar nichts mehr bieten ich will auch ein bisschen mit euch labern aber das werde ich auf jeden fall machen du musst mal deine kamera und mikro vom tisch entkoppeln es wackelt ja das das ist ein problem wo ich nicht viel machen kann denn die sind die müssen alle am tisch sein damit ich den tisch hoch und runter bewegen kann kann ich nämlich wenn ich das dann so wenn ich quasi verschwinden will schnell dann mache ich den alten aufzug gag so ah ok ich muss weg ja und so geht das dann weiter ganz nach oben traue ich mich nicht weil die kabel eventuell nicht lang genug sind ich musste fast jedes kabel manuell nochmal neu kaufen doppelt so lang dreimal so lang teilweise so schwer die zu kaufen weil warum weil die mitgelieferten kabel einfach total lächerlich sind zwei meter 1,50 m was soll ich denn damit das ist ein kabel kamera monitor kabel für ameisen ich brauche fünf meter mindestens danke looping luis mit deinem abo kann ich mir ein weiteres fünf meter kabel kaufen das heißt ich musste immer diese monitor kabel alle nochmal neu kaufen dann habe ich die falschen gekauft weil das sind ja keine hdmi zumindest haben die hdmi aber was die eigentlich brauchen ist displayport was ein hdmi mit so einem anderen schnitt ist und die in lang sind noch mal schwerer zu bekommen aber es hat sich am ende alles irgendwie rentiert weil ich das gerade irgendwo gelesen habe ein paar leute haben geschrieben oder eine hat geschrieben dass ich den ganzen kram hier von rocket beans bekommen habe nee das stimmt nicht aber das stimmt nicht ich habe was habe ich denn hier von rocket beans um ehrlich zu sein nichts um ehrlich zu sein habe ich nichts von dem was ich hier gerade vor mir sehe ist von rocket beans weil das ja auch mein streaming portal streaming portal mein streaming equipment ist ja noch also das was ich damals benutzt habe als ich bei rocket beans gestreamt habe benutze ich ja weiterhin wenn ich bei rocket beans bin das heißt es gibt überhaupt kein gar keine möglichkeit da was wegzunehmen um es dann hier aufzubauen weil ich dann immer wieder zurückbringen müsste ganz anders sieht es aus mit den mikros hier die ich nämlich keinen scheiß dieses diese woche auch wieder von denen ich zwei stück mitnehmen muss damit ich diesen platz ausrüsten kann weil diese mikros waren von anfang an von mir und wir hatten ein mikro von rocket beans das war auch ein biodynamic weil rocket beans weiß was gut ist und das war dann bei der big fight night da war diese fight night und da waren super viele leute da und zwar voll cool und so ja frodo und so also es waren eine menge leute da wir haben dann abgehangen in diesem raum wo ich immer streame und am nächsten morgen war dieses mikro kaputt ich nehme an es hat jemand aus versehen irgendwie runter gehauen das ist auch nicht schlimm aber es war halt kaputt und ich habe bis heute keinen ersatz bekommen das heißt ich nehme dann immer meine mikros mit dahin also eigentlich sogar genau andersrum genau andersherum ist es so muss man auch mal sagen hört hört der simon das wusste ich aber noch nicht gut dass das gesagt hat bin ich wirklich der einzige der das gameplay der frühen god of war teile viel besser fand es ist ja also ich finde god of war hat ja eine große reise durchgemacht also wortwörtlich und auch inhaltlich aber auch strukturell und grafisch aber vor allen dingen auch was das design angeht das gameplay und da muss man sich irgendwann mal weiterentwickeln und ich finde dass sie das sehr gut gemacht haben man kann dem alten hinterher trauern war ein bisschen anders aber ich finde irgendwann war es im begriff sich extrem zu wiederholen gerade als dann auch noch die ich habe dann auch die für die psp gespielt den teil oder die teile jedenfalls die waren schon alle gut und cool und so aber irgendwann hast du gemerkt es leiert so langsam aus da muss was neues her und das haben sie ja gemacht und dafür kann man ihnen auch wirklich nur dankbar sein so wann kommt endlich mal wieder ein pen & paper ich weiß es auch nicht wenn es nach mir geht würde ich jederzeit eins machen mich muss man auch nur fragen aber im moment liegt es ja eher daran dass wir hauke nicht aus japan rauskriegen also natürlich werden wir es wieder mal machen aber er muss erst mal was fertig bauen dann bringen wir ihn nach hamburg und dann nehmen wir was auf und dann ist es leider wieder schnell vorbei und dauert dann wieder monate also wenn es an mir geht könnten auch jeden monat einmal pen & paper mit hauke machen und ich würde es auch bezahlen und gucken also ich finde es gut danke markus auf die nuss du findest offensichtlich den kanal ja auch ganz gut sonst hättest du nicht dein prime abonniert oder es war so ein fett finger abo einfach daneben gedrückt tja nehme ich auch kriegst nicht wieder so sieht es aus was haben wir noch florentin muss man auflösungsvideo kürzer machen das letzte in zweieinhalb stunden okay ja das stimmt wohl wow geil wie viel kostet so ein tisch der hat mich 420 euro oder so gekostet der war aber auch gebraucht den habe ich also alle anderen muss ich echt sagen sind absurd teuer ich hatte mich schon von dem traum solch einen tisch zu haben den ich sehr lange hege diesen traum hatte ich mich verabschiedet und dann aber gingen wir wirklich während ich noch darüber sprach was ich eventuell nehmen könnte und hier so eine liste auf dem handy gehen wir an einem büro möbel zweitverkauf vorbei und da steht wirklich direkt beim reinkommen exakt dieser tisch er ist perfekt alles daran ist genau so wirklich genau als hätte ich ihn mir so gebaut sogar die breite war genau so breit wie ich immer bin nämlich zwei meter falls ihr mich mal irgendwo sehen und ich habe rote augen bin ich zwei meter breit und dieser höhen mechanismus ist automatisch ich wollte keine kurbel das ist dann machst du es eh nie und alles hier ist irgendwie perfekt okay so jetzt muss ich gerade mal gucken bin ich jetzt abgemeldet okay nee wir sind hier ich habe gerade eben gesehen dass wir hier abgemeldet waren aber der live stream läuft noch weiter keine ahnung ich kann euch jetzt leider auch nicht sagen ob ich gerade weg war aber dieses video läuft noch das ist doch schon mal ganz gut welcome back wieder da back again ja ist echt komisch ne ich weiß auch nicht ich habe immer noch dasselbe problem wie immer das so nach ein paar stunden mein stream mindestens einmal abkackt für einen kurzen moment ich hatte hier schon mehrfach leute zu früher morgen stunde hier die sich dann mein stream mein mein wlan ich hänge am kabel aber eben den router und alles angeguckt haben die auch gesagt haben ja wir sehen hier da gab's störungen wir wissen auch nicht wir wollen bei ihm mal gucken und dann kommen die morgens um acht und ja deswegen könnt ihr euch den rest den ich jetzt gerade gesagt habe die ganzen geheimnisse die ich ausgeplaudert habe könnt ihr euch vielleicht dann gerne als wod angucken denn offensichtlich hat twitch das alles so mitgenommen ich werde aber jetzt bald auch den neuen streaming rechner von msi installieren der ist richtig fett der hat noch mal ein paar mehr muckis auf dem streamer mir fällt kein gutes beispiel ein auf der motherboard der hat noch mal richtig tinte auf dem füller der hat das motherboard geschwängert so stark ist er also wirklich mit dem dürfte es nicht mehr passieren und wenn es da auch noch passiert dann liegt es wahrscheinlich wirklich an meinem internet und dann werde ich mir auch langfristig einen neuen holen weil also neuen vertrag natürlich weil das geht natürlich nicht aber ihr kommt ja irgendwie damit klar da bin ich doch tatsächlich endlich zehn minuten follower und dann kack den stream ab eventuell bist du es strand maus vielleicht warst du das eine so wie ihr kennt das ne von monty python das minzblatt da das minzblatt da das minzblättchen da sehen wir halt ruhig die deutsche nehmen ruhig mal die deutsche auch gott da muss ich aber vorspulen ja jetzt schon mal das geht zu lange was trotzdem sehr gut okay jetzt wird auch sehr eklig kriegt er noch ein mit ein minzblättchen da hat das gerade gegessen ja 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 Was für eine ekelhafte Szene eigentlich, ne? Das soll lustig sein, aber vorher kotzt er erstmal 5 Minuten und dann explodiert er. Es ist nicht die stärkste, also es ist eine starke Szene, aber es ist nicht die stärkste Multi-Pilesen-Szene. Aber jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Ach ja. So, wir hören jetzt hier auf. Ich habe drei Stunden durchgelabert, die sich anfühlten wie drei Minuten, aber ich muss ehrlich sagen, jetzt bin ich langsam auch durch. Ich würde jetzt normalerweise, wenn das jetzt der übliche Stream wäre, würde ich wirklich, glaubt es mir, jetzt erstmal richtig anfangen. Jetzt würden wir dann irgendein Spiel anfangen, aber ich muss morgen so früh raus und ich habe morgen auch den ganzen Tag danach noch Programm, bin dann auch noch für euch da mit Vampire, The Masquerade und Moment, hier, ich habe sogar ein bisschen Werbung an der Stelle, kann ich kurz mal zeigen. Vampire, The Masquerade, Swan Song. Hier ist er drauf, der Gesang des sterbenden Schwans, der gerade ausgesaugt wird von diesem weiblichen Vampir. Ich weiß auch nicht, warum ich den auf Platte bekommen habe. Und ja, Wein habe ich bekommen, oder eher, ja, Bloody Cabernet Syrah. Also, das wird morgen richtig lustig und morgen Abend muss ich dann auch schon direkt nach Hamburg zurückreisen, denn es geht ab Mittwoch, Schlag auf Schlag auf Schlag geht es die ganze Zeit los. Action, Action, Sendung, Sendung bis Samstag. Da ist dann der große, die große LAN-Party, die große Rocket Beans LAN-Party. Einige von euch haben sich beworben, sind drangekommen, dürfen dabei sein. Ich habe mich auch schon für die meisten Spiele eingeschrieben. Bis zwei, drei morgens bin ich da auf jeden Fall dabei. Es geht um acht los, ab neun kommen die ersten Spiele und am Anfang wird euch Budi die Arkaden zeigen, in denen das alles stattfindet. Also es empfiehlt sich, dass ihr da früh genug reinkommt, denn es lohnt sich. Ja, das ist so meine Meinung. Okay, viel Spaß, sagen die Ersten. Da war ja wieder der USB-Sound. Ich kriege ihn nicht mal mit. Das ist komisch. Ich würde vor allen Dingen gerne mal rauskriegen, ob der von dem Gaming-Rechner kommt oder ob der von dem Streaming-Rechner kommt. Das sind Fragen, die heute nicht mehr gelöst werden, aber um die ich mich dennoch sicherlich kümmern werde, sobald wir uns wiedersehen. Hier, mit diesem USB-Geräusch, spätestens dann. Okay, Leute, macht's gut. Danke an den Olaf für das Prime-Abo, das letzte Prime-Abo für den heutigen Tag. Und ich bedanke mich, wirklich möchte mich an der Stelle kurz bedanken für alle, die immer nett mit mir zusammenschreiben, die immer gute Tipps parat haben, die nicht gemein sind, die mir sagen, wohin ich euch gleich schicken soll beim Raid, die als VOD nette Kommentare schreiben. Alle anderen lösche ich eh. Und ja, einfach jeden, der Bock hat, mir hier beim Aufbau meiner eigenen kleinen Community ein bisschen zu helfen. Es muss keine Konkurrenz zu Rocket Beans sein. Wir können koexistieren. Und ich bin ja weiter sehr, sehr stark bei Rocket Beans eingebettet, wie ihr diese Woche und die folgenden Wochen ja auch sehen werdet. Ich bedanke mich nochmal bei euch, dass ihr so viel Zeit mit mir gerade vergeudet habt. Ist euer Leben. Müsst ihr wissen. Und jetzt schicken wir euch wohin? Wer ist noch da? Ungespielt? Bonja, Dr. Freud, Trillix und Gnu. Gnu spielt Subnautica. Ja, aber da werden wir gar nicht lange drumrum tauchen. Da schicke ich euch auf jeden Fall zu Subnautica und Gnu. Ich weiß, Ede und Wirt und so sind alle da, haben wir aber alle auch schon häufiger beglückt. Jetzt würde ich gerne erst mal haben, dass ihr Gnu Hallo sagt. Der alten Hallo-Dri. So, 800 Zuschauer gehen zu ihr. Damit ist sie bei 3000. Das wird sie auch sehr freuen. Viel Spaß. Danke und alle, die jetzt noch am Stissel sind, das sind die Woddler. Ihr, ihr seid ganz besonders toll. Ihr guckt den Kram nämlich auch, wenn er nicht mehr aktuell ist. Ihr hinterlasst Kommentare auf einer völlig anderen Plattform, wo es gar keine Twitch-Emotes gibt, wo ihr die ganzen Memes nicht machen könnt. Trotzdem schreibt ihr da nette Sachen. Danke dafür. Schreibt ruhig mal zu den Themen, die wir heute besprochen haben, zu der Zombie-Kiste, zu neuen Serien. Also einfach zu allem, wo ihr denkt, das könnte mich interessieren. Schreibt ruhig mal was rein. Ich lese mir das ja wirklich auch durch. Anders kann ich die anderen Leute ja gar nicht löschen. Nein, ihr könnt auch, ihr werdet sehen, auch ein paar Gemeinheiten können stehen bleiben. Aber irgendwo ziehe ich die Grenze. Und dann gucke ich mir die Kommentare an, die derjenige geschrieben hat. Wenn da drei Dumme dabei sind, bist du raus. Oder zumindest stumm geschaltet. Das meine ich. So, allen anderen wünsche ich aber trotzdem viel Spaß. Auch mit meinen Videos und meinem Kanal. Ja, erwechst und gedeiht. Ich bin super dankbar. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Nachmittag, Abend, Morgen, Geburtstag, ein gutes Weihnachtsfest, Happy Hanukkah. Und ich glaube, das war's. Mehr gibt es nicht an Tagen. Bis dann, Leute. Macht es gut. Und wo ist das Ausding? Wo mache ich denn hier aus? Zu viele Moni-Talk. Ach ja, hier. Und tschüss.